Spiele für deinen Club in der virtuellen Bundesliga mit FIFA 13. Stelle dein Können bei den Live-Qualifikationsturnieren unter Beweis und sichere dir einen Startplatz für das große Finale. Vier Live-Qualifikationsturniere quer durch die Republik warten auf dich, bevor es zum Finale nach München geht. Auf www.virtuelle-bundesliga.de findest du alle Infos zur virtuellen Bundesliga und den Live-Qualifikationsturnieren. Um an einem Event teilnehmen zu können, musst du nur das Anmeldeformular ausfüllen und auf den Link in der Bestätigungsmail klicken. Dabei musst du allerdings schnell sein, denn die Startplätze sind sehr begehrt. Sind alle 124 Startplätze bereits vergeben, hast du am Morgen des Turniers noch die Möglichkeit, einen Platz zu ergattern. Vor jedem Turnier findet eine K.O.-Runde mit insgesamt 64 Spielern statt, von denen die besten vier je einen weiteren Startplatz für die Live-Qualifikation bekommen. Melde dich auf www.virtuelle-bundesliga.de für ein Live-Qualifikationsturnier an. Zeige dein Können mit mehr als 100 weiteren Spielern und qualifiziere dich für das große Finale in München.